Eiweißpulver, alle Chemie, hast bestimmt schon mal gehört. Ich persönlich halte Eiweißpulver ein gutes, gesundes Pulver zur Versorgung meines Körpers mit hochwertigem Eiweiß. Ich vergleiche das gerne mit anderen Pulvern, wie zum Beispiel Zucker. Zucker wird hergestellt aus Zuckerrüben, kannst du in Kuchen packen, kannst du in Kaffee packen. Oder hier haben wir noch Mehl, das kannst du mit Backenmehl hergestellt aus Getreide. Und Eiweißpulver wird hergestellt aus Milch, zum Beispiel, oder Milch oder Molke. Und eine so eine Dose enthält den Eiweißgehalt von 17 Liter Milch. Der Unterschied ist nur, von Zucker bekommst du Karies, von Mehl wirst du wahrscheinlich zu dick, wenn du zu viel isst. Und von Eiweißpulver bekommst du schöne Haare, schöne Fingernägel, feste Muskulatur und ganz schlimm in Deutschland gute Laune. Also entscheide dich, gute Laune oder Diabetes.